hallo freunde erstmal ein frohes neues jahr 2024 und ja dann willkommen zu der ersten folge im neuen jahr mit emergency 20 ja und dann würde ich sagen legen wir los schauen wir mal was man für einen einsatz rein bekommen ja schon mal also silvesternacht war ja ziemlich ruhig ist nicht viel los gewesen schauen wir was man jetzt einen heim rauchmelder sehr schön also nicht wirklich schöne witz was sie meinen so wo haben wir denn das das ist dann das ist die 10 wache 10 ok jetzt schauen wir dass man was los schicken die 10er wache so das ist das schickt mal elf oder elf heraus und schickt man eigentlich alle drei streifen raus da nicht streifen fahrzeuge malig so okie dokie ja 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 okay löscht zu ziehen ist jetzt unterwegs schauen wir mal dass man hinkommen wo war jetzt das schon wieder hier ja ja ok man sieht jetzt noch nichts brandmässiges ja sieht noch ein fehleralarm aus ja ja ist so ein schöner fehleralarm gewesen ähm ja ja jetzt brauchen wir aber noch die polizei ja gottse dank ist nichts ja kann mal vorkommen wenn man sowas geht das melde auslöst und das ist dann nix ist ja jetzt machen wir folgen was die dlk die zimmer ab und das nf das zimmer auch ab das hlf lassen wir noch vor ort bis jetzt halt die kollegen von der polizei da sind aber die sollten eigentlich jeden moment eintreffen ja 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 wer wer hat da steht ist ja ne ja hallo ist ein fehlalarm gewesen ah okay denn wir müssen ja egal voila Ja, ja, machen wir ab. So, dann verschließen sie das Gebäude. Das geht von der Ferne, ja. Der hat da so ein Taster, der drückt drauf. Äh, der ist jetzt beiseite. Ja, die Feuerwehr kann abziehen. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Einsatz. Gott sei Dank ein, äh, Einsatz, der wohl sehr gut ausgegangen ist. Nämlich, dass nichts war. Ja, so ist es am besten. Wenn nichts ist, wenn es jedem gut geht. Ja, okay, Leute. Dann würde ich sagen, war es das. Kurze Folge. Ähm, ja. So, dann bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Und ich bin draußen. Tschüss, Freunde. Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.